Wie nervig DAS hier ist! So Reflox, kannst du doch bitte mal dein Ding da lassen? Das nervt langsamer, ein bisschen schon. Ja klar! Lassen wir auch mal wieder zum Schluss kommen, das wäre so super! Der wirbelt sich da noch ewig, ein bunt. Es gibt immer noch Energie, das wäre nämlich richtig gut. Der hat nicht mehr viel, ich hab ihn ja fast. Jetzt komm, gib auf! Das war's! Raimund Super Raimund! Ah, nein! Halt endlich den Schnabel! Mach das nochmal an Eierkopf und ich späße dich auf einen Zahnstocher! Mach das auf! Fähig! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Krass. Ne, sind wir immer noch nicht durch? Alter. Aber wie lange ist denn das, Lill? Krank? Ach komm, du wieder. Klar. Kann es denn nur bloß sein? So. Gib mir die Energie. Naja, komm. Geh mal drauf. Weiter hier. Ich frage mich, wie lange das Lill noch geht, ey. Naja. Es ist ein sehr langes Level, muss ich mal zugeben. Die Level sind nicht kurz. Ah, wer kommt denn jetzt hier? Ach nee. Die Phlego Sparkus, die muss man besiegen. Auch immer diese kleinen Zwischengegner. Mit Lebensenergie, ja. Komm, den schalte ich mal aus, den ersten. Ach komm. Wie viel willst du nur noch aushalten? Nur einer ist schon mal Geschichte und jetzt der. Warum geht drauf, verdammte Axt? Ich finde das immer cool, wie der immer so einen glanzvollen Auftritt hat. Oh, ein bisschen mehr Energie. Was ist überhaupt hier? Ach so, wegen dem... Hm, gut. Zack. Oh, wer mehr Lebensenergie ist, das ist nicht nice. Nee, muss er mir helfen, als los. Wolltest du da erstmal hin? Die Tür öffnen? Ja, wäre ja kein Problem. Nicht für mich. Ich hoffe, dass die anderen Spiele, die ich dann irgendwann für die PlayStation 2 mache, bitte nicht lecken. Ja, da brauche ich die Wirbelkraft eindeutig, hier hole ich mir mal. Ich muss los, meine Lockenwickler rausnehmen. Kommt mal her, Freunde. Na, schon wieder ihr. Kommt mal her. Ihr wollt's wirklich wissen. Und jetzt ist der da oben. Nein, der kann auch mal mit herkommen. Kommt. 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 So, das war's schon. Ach, du wieder? Gerne. Schutzt, Schutzt, Gart. Nee, nee, nee. Komm. Den muss man nämlich ins Feuer machen. Ja. Ich hab mir auch schon gedacht, dass da was sein muss. Ach, noch du hier. Was bist du eigentlich, du Nervensäger? So, das war's. Ich wette, da kommt jetzt noch ein Levelaufschnitt zu, die wirst du erklären, oder? Das war's. Ja, das war's wohl anscheinend. Ach, so ein Schalterrätsel. Ach, so soll ich die Platte machen. Da ist noch den einen da. Ach, komm mal her. Ich krieg' dich schon. Irgendwann krieg' ich dich. Aber immer so knapp. Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein, oder was? Ich trick's denn jetzt aus. Ja, er ist tot. So, dann gehen wir weiter. Und der nächste Arzt. Nein, nein, nein. Nichts wird mich von hier fachbringen. Ich oder nicht? Okay. 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 Okay.